Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich bin gerade mal wieder hier bei meinem neuen Häuschen angekommen und wollte gerade mal gucken, ob hier wieder irgendwas nachgewachsen ist. Heute Nacht kam wieder ein Patch raus, da werde ich aber auch kein separates Video dazu machen, weil da ist nicht viel drin passiert. Das sind, ich sag jetzt mal, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Fehlerbehebungen sind da drin. Ich sammle es einfach ein bisschen und ja, die sind ja fleißig, es kommt momentan sehr viel, wie alle zwei Tage irgendeinen anderen Patch. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt erst wieder sammeln und wenn dann die nächsten Tage wieder ein Patch kommt, werde ich da vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen. Allgemein ist nichts Neues mit reingekommen, es sind nur ein paar Fehler behoben und ich denke mal, das werdet ihr selber merken, wenn ihr einen Fehler hattet, der auftreten tut, dass der Fehler vielleicht nicht mehr auftritt. Aber das wäre jetzt, wenn ich ein Video draus machen würde, das wäre ein Video von zwei Minuten, wenn überhaupt. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wir brauchen noch quasi Holz im Haus, weil ich dachte mir, wir bauen da einfach noch ein bisschen weiter, damit ich wieder die Blaupausen mal wegbekomme. Und achten auch nochmal drauf, dass der ein oder andere Scarabeus vielleicht auftaucht. Weil ich habe mich jetzt entschlossen, entschieden, keine Ahnung, ähm, zuerst die Armbrust zu leveln. Weil ja, das Katana reizt mich auch sehr, will ich auch wissen, wie das dann abgeht oder so. Aber, das habe ich gestern in den Kommentaren auch schon geschrieben gehabt, die Armbrust ist momentan eigentlich hier so meine Lebensversicherung. Weil gerade bei den ganzen neuen Kreaturen ist es viel besser oder einfacher, im Moment mit der Armbrust zu arbeiten. Und, ähm, ich denke mal, da werden wir die erstmal auf Stufe 9 hochziehen. Und dann das Katana. Und dann folgt noch der Rest. Also dann je nachdem. Keine Ahnung, Hammer, Axt, alles mögliche. So, und dann warte ich ja die ganze Zeit auch noch drauf, dass das Update dann soweit ist. Weil, dann starte ich auch mal die ganzen Tests, weil dann sollten die Waffen soweit, ähm, eingestellt sein, sagen wir es mal so rum. Und dann würde ich nämlich auch ganz gern die ersten Tests wieder machen. Um die Werte der Waffen mal zu bestimmen und rauszufinden, mit was man, welches Tier am besten killen kann. So, hier läuft noch nix rum. Was wir mal machen könnten, wir könnten da hoch auf die Terrasse. Und könnten mal versuchen, die eine oder andere Ameise da oben weg zu kloppen. Oh, da ist ein Skarabeus. Habt ihr das gesehen, wie der geblinkt hat? Cool. Nee, Termiten, euch will ich jetzt nicht. Ich wollte nur den kleinen Käfer, alles ist gut. Ich bin schon wieder weg. So. Und ihr seht, das funktioniert mit einem Schuss ganz gut, den zu kriegen. Aber der blinkt jetzt so, krass. Okay. So, und dann ist mir aufgefallen, aber das war, glaube ich, jetzt schon der letzte Patch, wo ich auch das Video dazu gemacht hatte. Wo ich gesagt hatte, dass die, ähm, auch nochmal landschaftsmäßig was geändert haben. Mir ist aufgefallen, meine Seilbahn zurück funktioniert nicht mehr. Ich bleib in den Grasstängeln, äh, Blättern jetzt hängen. Und daran sieht mir sehr gut, dass sie doch wieder was am Map, äh, am Mapping gemacht haben. So, ich brauche auf jeden Fall Milben. Ist halt die Frage, holen wir uns die hier oben? Das ist halt, boah, die hier oben sind sau-aggressiv, ne? Also was heißt aggressiv? Sind ja da unten die auch, aber die da unten... Vier Stück gleich, wollt ihr? Guckt euch das mal an, da kommt eine ganze Armäe da vorne rumgelaufen. Jetzt müssten wir den Löffel da wegnehmen können, oder das Messer, oder was da liegt. Sodass sie da nicht mehr rauskommen. Ja, wir müssen erst mal Platz schaffen. Also es bringt mich nichts an, die Milben zu holen, wenn die ganzen Ameisen angerannt kommen. Ihr seht ja selbst, das sind nicht gerade... Oh, oh, wenig. Die Kleinen jucken mich nicht, aber die da oben, die sind so ein bisschen aggro. Okay, die haben wir. Gehen wir uns gleich die nächste. Hey, das ist gut, weil die gehen hier nicht drüber, weil der Spalt zu groß ist. Das ist gut. Ich hoffe nur, dass die nicht rausfinden, dass man auch außen rumlaufen kann. Oh je, jetzt habe ich wieder was hier im Video gezeigt. Das ist doch morgen wahrscheinlich wieder gepatcht. No, was ist denn jetzt los, auf einmal mit einem Schuss? Oder waren die schon angegriffen? Es kommt halt auch immer drauf an, wo man sich trifft. Ich denke, man trifft mehr so auf den Kopf, geht es natürlich ein bisschen schneller, ne? Sag mal, wie viel sind das denn noch? Am Schluss spawnen die Alse hier irgendwo wieder nach. Stehen wir morgen noch hier. Das müssten wir doch bald alle haben. Das war ein bisschen zu spät. Ah, das ist... guckt euch das mal an. Ich glaube, wenn das ein Headshot ist, dann zerlege ich die mit einem Schuss. Zumindest hat das gerade so danach ausgesehen. Ja, hier wieder nett. So. Ist doch gut. Lasst mir doch die Ruhe, Mensch. Naja, haben wir bald alle schwarze Ameisen gekillt, die hier überhaupt muttern, ne? Ihr kommt hier doch eh nicht, oder? Ah, die andere ist schlau. Die sucht jetzt so wie ich von der anderen Seite. Das ist aber nicht schön. Die... wo sind meine Pfeile jetzt hingeschleudert? Bis nach da hinten. Ach, du Heiliger. Dann muss ich Hupsi ein bisschen enttäuschen. Das wird heute nicht geklafen. Weil ich lauf doch jetzt nicht heim. Und wieder hierher. Ja, jetzt seid ihr nicht mehr akkur. Das ist doch gut so. Toll. Ich will meine Pfeile haben. Echt jetzt? Ja. Ich denke, die großen müssten wir doch jetzt alle haben. Oder ist das noch eine? Das ist noch eine. Jetzt kommst du natürlich auf wieder. War ja klar. Ja, und du Nächste. Hätte ich euch doch nur mal alle in Ruhe gelassen. Vielleicht müssen wir erst mal alle killen hier, dass wir Ruhe haben. Das müssen doch auch bald mal alle gewesen sein. Richtig. Richtig. Richtig, Blummetop. Habt ihr sie noch alle? Also es dürfte doch bald alles gewesen sein. Oh, wie viele Ameisen haben die denn hier noch eingebaut? Ja, komm du auch gleich her, weil du gehst mir eh gleich wieder auf den Nerv. Hei, 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 hei. Da werden heute fleißig Ameisen gejagt. Ich muss halt hier aufpassen, dass ich nicht irgendwo hier runterfalle, weil hier ist nicht überall diese Ritzen drin, ne? Ich hoffe, dass es da nicht irgendwo... Lässt du mich in Ruhe? Aber ich dich nicht. Ja, tut mir leid, aber das ist mir zu riskant. Die kommt dann wieder... Und dann... Kommen sie aus allen Richtungen und knabbern wieder hier dran rum. Super. Und die liegen alle da unten, oder was ist da los? Sieht so aus. Da kommt doch schon wieder so ein blödes Vieh. Mensch, haut doch ab. Lass mich mal in Ruhe. Ich brauch Milben und keine Ameisen. Mensch. Und bleib stehen, wenn ich auf dich schieße. Warum wollte die Klebe jetzt nicht schießen? Was ist denn da los? Ach, keine Ausdauer. Ich seh's gerade. Okay. Ja, was ich aber auch nicht verstehe. Warum braucht man Ausdauer bei der Armbrust? Weil die drückt ja nur ein Knöpfchen. Oder brauche ich meiner Meinung nach kein... Kein Ausdauer. Ich will nur Abzucht sehen. So. Jetzt haben wir's aber. Jetzt haben wir's aber. Oder auch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich seh's noch kommen. Es ist so dunkel. Ich werd hier irgendwo bestimmt runterfalle. Da ist ein... Uiuiuiuiuiuiui. So, und dann wurde ich hier gefragt, was mit dem Ball ist. Ob man den auch irgendwie bewegen kann. Also, beim letzten Mal, wo ich probiert hab, ging's nicht. Und jetzt geht's auch irgendwie nicht. Also nein. Da ist ja noch so ein blödes Vieh. Ja, ich räume euch alle beiseite. Das geht nicht. Ihr seid eine Gefahr für mich. Weg mit euch. Die Milben sind schon schlimm genug. Die haben aber auch Schaden, wie... Was gibt's hier so Neues? Auch nix. Ja, überall nochmal reingucke. Ich war zwar schon fast überall drin, dran, drum und... Hab geguckt und gemacht. Aber... Es kann Tag für Tag immer sich irgendwas ändern hier, ne? Und da muss man auch immer mal gucken. Hey, da sind ja noch mehr. Ich glaub, ich spinne. Aber gut, wir sind schon mal 10 cm auf dem... Auf der Terrasse weitergekommen, ne? Das ist schon mal... Und es müssen doch bald auch alle gewesen sein. Das kann doch nicht sein... Ach, das war wieder gut. Kann doch nicht sein, dass alles mehr auftauchen. Und hier muss ich mich auch noch bei dem Blumentopf hochbauen. Ganz wichtig. Da wollen wir hin. Genau. Und da kommt auch noch ne Ameise. Ist nicht mal genug von euch mittlerweile. Na komm schon wieder die nächste. Das kann doch nicht... Oh. Sehr schön. Headshot. Und noch ein Headshot. Sehr schön. Läuft doch. Es läuft doch. Aber mein Plan war es eigentlich, heute mal ein paar Milben zu fangen. Ich hoffe ja, dass mir das jetzt... Ich hör schon wieder ne Ameise. Weil wir brauchen ja den Milbenpelz, den neuen... Ähm, für die... Neun Pfeile. Toll. Kannst nicht mal langsam hell werden. Also tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht viel seht. Aber es wäre jetzt blöd, den ganzen Weg wieder heimgehen zu schlafen. Und dann spawnt wahrscheinlich wieder alles nach. Äh, macht in meinen Augen nicht viel Sinn. Ja, und zum Thema Waffen. Merkt man mittlerweile, dass sie das geändert haben. Also sprich, die Werte wieder angepasst haben. Das mit dem Killen geht viel, viel besser als vorher. Und das ist ja das, was ich letzten Sonntag im Livestream schon gesagt hatte. Da hatte mir ja auch jemand geschrieben mit, ähm, dass die Waffen total schlecht geworden sind. Wo ich gesagt hab, ja, mal abwarten. Wir sind hier in der Testversion drinne. Ah, da kam ein Abo rein. Ähm, wir sind in der Testversion drinne. Und das kann sich ja alles noch ändern. Das ist ja... Dafür ist es ne Testversion. Mir war irgendwo schon klar, dass die das ändern. Weil das Spiel muss ja auch spielbar bleiben. Es kann jetzt sein, dass man, ähm, alles erst auf Stufe 10 hochleveln muss. Äh, auf 9. Damit man überhaupt was machen kann. Aber ihr müsst halt auch bedenken, die haben jetzt wieder die Juwelen mit reingebracht. Das heißt, wieder... Ja, wieder etwas, was, äh, die Waffen stärker macht. Und dementsprechend müssen auch die Waffenwerte und so angepasst werden. Weil sonst wäre das ja irgendwann OP, wenn es immerhin nur stärker, stärker, stärker geht. Das ist ja auch... Oh, da kommen sie überall wieder. Das Blöde ist, man sieht die nicht so gut. Ah, jetzt aber. Schluss hier. Super. Ich hab keine Pfeile mehr. So. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, 4 Stück haben wir wieder. Könnte wieder eine Milbe geben. Ja, komm, spuck erstmal. Dann halt nett. Oh. Ey, die sieht man aber auch so schlecht. Ich glaube, ich bewege mich mal mehr hier im Weißen. Dann sieht man die vielleicht hier ein bisschen drumherum stehen. Okay. Ja, ja, mit 4 Pfeilen retten wir die Welt. Ja, ja, mit 4 Pfeilen retten wir die Welt. Jetzt ist aber mal genug. Und dann noch. Da, Pfeile. Wenn man bedenkt, ich hab einen ganzen Stack Pfeile dabei gehabt. Dann sind alle weg. Und dann sind alle weg. Meine Lebensenergie sieht auch nicht mehr sehr gut aus. Aber wenn wir mal kurz hier Luft haben, holen wir uns hier schon mal die Fäden. Falls ich nämlich fluchtartig hier abhauen muss, ist das nicht ganz umsonst gewesen. Wir haben unseren Milbenpelz. Wir haben wieder ein paar Fusseln. Das heißt, oh, wir können im Baumhaus bald die neuen Böden mit einbauen. Also im Moment kann ich nur 2 Stück sehen. Ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. Oh Gott, da kommen sie doch schon wieder von überall. Also jetzt ist doch mal genug. Wie viel komme denn dann noch? Sie haben so ordentlich Viecher eingebaut, ne? Ja, ja, ja. Ich brauch doch nur mal Pfeile, damit ich euch wieder verletzen kann. Ja, und Hupsi ist auch gleich. Wie sagt man so schön? Hat's Level schon abgegeben. Wie ist es immer hier reinschreiben, ne? Mir fehlen wieder Pfeile. Mann, 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 Mann. Wie bist du denn? Ey, ich hab die Milbe angegriffen, nettig. Was soll das denn, du blöde Ameise, du? Hau ab. Und ich höre noch mehr Milben. Kann doch nicht wahr sein. Wie viele kommen denn da noch? Ich sehe doch da schon wieder 3 Stück sitzen. Das Problem ist, ich kann mich nicht heilen. Ich hab wieder mal nix dabei. So wie immer eigentlich. Ja, da hinten sind auch noch welche. Wo ist er? Ah. Blöde Viecher. Ja, aber wenn man die neuen Pfeile haben möchte, muss man auch die ganzen Milben killen. Ich denke mal, die Fusseln zu haben, ist auch nicht verkehrt. Da hinten ist noch ein, die holen wir uns noch. Ach, die letzte Milbe killt mich jetzt. Ich sehe es noch kommen. Vielleicht sollte ich sie einfach ignorieren. Aber nein, ich will den Pelz haben. Oh. Was haben wir denn hier? Terminator, äh, Milbe, die nicht sterben kann. Wie, wo kommt denn jetzt noch eine her? Ja, und jetzt haben wir wieder Ameise. Sehr schön. Jetzt müssten wir es doch langsam haben, oder? Gibt's doch gar nicht. Okay. Ich glaube, wir könnten mal so Richtung Haus gehen. Wir haben das bekommen, was wir wollten. 25 davon. Oh, komm. Geil. Das ist doch perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir können bald ordentlich was an Böden bauen. Und deswegen meinte ich, äh, macht's wahrscheinlich Sinn, die Armbrust erstmal zu leveln. Weil es ist wirklich gerade die Hauptwaffe. Und ja, die anderen sind auch ganz cool. Das Katana freue ich mich ja auch drauf. Allein, das leuchtet so schön, ne? Das Wichtigste überhaupt. Da bin ich mal gespannt, was man damit rausholen kann, wenn das auf Stufe 9 ist. Aber ich glaube, wir sollten so Richtung Heimat schlafen gehen. So, dass Hubsi auch wieder mal zum Heilen kommt. Mehr in den größten Teil an Ameisen haben wir jetzt. Und Milben haben wir alle. Also, sieht doch ganz gut aus. Komme ich von hier rüber? Ne, aber das wäre noch eine Idee. Das wäre doch noch klasse. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Das heißt, wenn ich jetzt springe, ist es eh vorbei. So. Nix wie Heim. Aber ich glaube, schlafen brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Müsste eigentlich jetzt soweit. Ha, 5 Uhr schon. Okay. Ja gut, wir könnten ja unsere... Trotzdem unsere 8 Stunden nutzen. Dann ist es nämlich wieder hell. So, also. Erstmal wieder stärken. Trinken können wir zum Glück jetzt auch schon hier. So, kann ich irgendwo noch Zeugs verbauen? Damit ich nicht immer Klee mit mir rumschleppen muss. Das sieht aber schon ganz praktisch aus hier. Ich glaube, dann schnappen wir uns die Seilbahn und dann geht es mal wieder nach Hause. Und da seht ihr aber auch, was sich geändert hat. Bezüglich der Seilbahn. Weil die ganze Zeit hat es mal funktioniert. Ich konnte hin und her rutschen mit der Seilbahn. Aber jetzt ist es so mehr... Ja, ich bleibe irgendwo da vorne im Gras hängen. Da sieht man es schon. Also die haben... Dort auch wieder was geändert. Und das sieht schon wieder so aus, weißt du? Ausgerechnet bei mir in der Seilbahn ist so ein großer Grasstängel. Ist doch schon wieder dämlich. Stimmt, der ist direkt bei meiner Seilbahn. Aber direkt, ey. Aber das würde auch bedeuten... Vielleicht können wir den entsorgen, dass der ganz weg ist. Weil ich falle jetzt eh gleich rum, ne? Und dann müssen wir mal gucken, welcher das ist, der da hängt. Das ist der da. Genau, hier falle ich runter. So. Und das müsste... Der da sein. Ja, mir mache den aber auch noch weg. Ich hoffe ja, dass die nicht mehr nachspawnen, ne? Wäre ja ganz klasse. Ja, aber wie gesagt, hier haben sie ein paar Änderungen wieder gemacht. Was genau sich alles hier geändert hat, weiß ich noch nicht. Da muss man auch mal gucken. Ich bin halt mal gespannt, was das Update noch in sich hat. Weil man erkennt's ja, manchmal sind sogar, oder sehr oft sind, noch weitere Sachen drinne, die in der PTR nicht drinne sind. Aber gut, ich seh grad, wir sind schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Ja, ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und, ja, dann sehen wir uns. Zumindest, ich denke mal, äh, morgen ist ja auch wieder Livestream. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Also, bis denn. Und tschüss.